und schön dass du dabei bist in diesem video erfährst du wie du eine 3d zylinder text effekt animation in after effect erstellst dazu erstellen wir uns hier im projektfenster erstmal eine neue komposition ich habe hier die standard einstellungen mit zehn sekunden in die komposition noch um dann können wir uns hier oben auch schon das textwerkzeug greifen einmal draufklicken und einen beliebigen text schreiben ich habe für diesen effekt eine besonders breite schriftart verwendet so besser funktioniert können natürlich auch die farbe und die größe beliebig einstellen dann klicken wir einmal auf unsere textebene mit der taste er können wir die rotation öffnen drehen das ganze hier um 270 grad und unter ausrichten richten wir das ganze noch mittig aus brauchen wir zwei effekte einmal um den text zu wiederholen und zweiten effekt für die zylinder form der erste effekt gehen wir hier und effekt und vorgaben und suchen uns den effekt sie sie repeteil unter stilisieren finden wir diesen einmal auf unserem text eben ziehen und dann den effekt sie sie zylinder diesen finden wir unter dem reiter perspektive auch wieder auf unseren text ziehen sind hier die beiden effekte in unseren effekteinstellungen der sie sie zylinder formt unseren text dann zu einem zylinder und mit sie sie repeteil können wir das ganze expandieren einmal nach rechts und einmal nach links den wert erhöhen bis sich eben der text hier zu einem zylinder form dann unter rotation gibt es einmal die rotation in x y z richtung für die rotation in die z richtung gebe ich den wert 90 ein und für die x richtung kann ich den wert beliebig verstellen wir den text eben haben wollt die y rotation möchte ich hier einmal animieren es geht ganz einfach indem wir einmal die all taste gedrückt halten und ein links klick auf die stoppuhr machen dann öffnet sich hier unten das expressions fenster und dann geben wir die einfache expression time mal den wert 25 ein können wir das ganze hier einmal ablaufen lassen das dreht sich jetzt nach hinten ich möchte jetzt nach vorne haben das können wir ändern indem wir hier ein minus vor der 25 setzen und dann dreht das ganze hier einmal nach vorne für den abschluss suche ich mir noch einen effekt und zwar den effekt leuchten einmal eingeben und wieder auf unseren text hier ziehen ich kann hier noch die intensität etwas runter schrauben sind zu hell und auch mit dem radios noch rum spielen wenn man hier die reihenfolge verändert dann ergibt sich ein ganz anderer effekt wenn ich jetzt hier einmal den leuchteffekt über unsere anderen beiden platziere sehen wir dass sich der effekt hier verändert hat mit diesen drei effekten könnt ihr ein wenig rupf spielen um euren gewünschten 3d zylinder text effekt zu erhalten